Willkommen zurück bei HotDogs, Hoax, Shoah und Handkaraten. So, mir ist auffällend, wir haben ja übrigens neue Karte, übrigens wir haben vergessen ein paar Sachen, was noch vor dem Ersten Weltkrieg und während den Ersten Weltkrieg waren, habe ich vergessen, wie zum Beispiel Dynamite, schon seit mehr als 200 Jahren, roll, 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 boom, tschüss. Ah, Dynamite, ja das käme eh schon von den letzten Folgen und das Baby hier, warte, ich muss das kurz vergehen. Gatlinggarten! Gatlinggarten haben wir vergessen, gibt schon, ah schon seit 1800, schlag mich tot. Da noch einer. Hätte er das? Scheiße! Oh, ich habe so schön hergekriegt. Oh. Ja, ich muss dann suchen. Ich habe... Nein! Oh Gott, Hilfe! Ich habe so schön hergekriegt gehabt! Oh, das wurmt mich! Scheißfasseln! Ich muss die Aufnahme und die Dicks. Ich habe so schön hergekriegt.